Das Spiel. Hm, ich mag die Map. Und der Killer ist direkt schon an uns dran. Es ist die Frederica. Mal schauen, wie lange wir ihn aufhalten können. Ja, paar Double Packs habe ich schon gesehen. Ah, jetzt committet er. Da kommen sie mit. Und dann geht er wieder zurück. Oh Mann, ey. Ich glaube, der legt diese Blutpfützen. Weil Paletten können es ja nicht sein. Die steht ja noch. Oh, da kriegt er uns, oder? Alter. Ui, ui, ui. Ich glaube, der Typ spielt nicht oft Killer. Komm, gehen wir mal da oben lang. Oh, da wird er uns treffen jetzt aber. Ja. Kurz in den reinlaufen, dass er irritiert ist. Hey, what happened? Oh, da hat er uns echt verloren. Das ist immer so witzig. Das ist echt immer witzig. Ja, Freddy, gell? Das war gut. Dann stimmt er uns zu. Ja, bisher halten wir ihn gut auf. Eigentlich müssten mal Gents poppen. Nein! Nein, da habe ich nicht aufgepasst. Schade. Ah, Gen Nummer 1. Ah, nee, es ist ja schon der zweite. Und da ist der dritte. Alter, für drei Gents. Komm, Claudia. Runter mit dir. Mal da reinlaufen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er wieder hierher kommt. Wir warten hier mal kurz. Ja, weil die Katze war kurz aktiv. Ja, da ist sie wieder aktiv. Irgendwo ist er. So, wo sind sie, Frederica? Nein! Komm, Haken, sabotieren. Das reicht. Easy. Fuuuuck! Uff! Der hat sich leicht mit uns. Folgt er uns? Ah, sieht nicht danach aus. Ich glaube, der hat die schon wieder. Ja, ich höre sie wickeln. Nein, komm, du schaffst das. Ach, Claudia. Komm, gehen wir uns mal da hinten aufwecken. Und dann machen wir einen Gen. Dass wir auch mal einen Gen machen. Sind ja schon drei weg. Ey, jetzt. So. Let's go. Ach, da haben wir wirklich wen verloren. Komm, sie runter. Oh. Och, geht der wieder der? Ja, der ist direkt der nachgegangen. Alter. Oh, warte, hier ist eine Palette. Vielleicht, vielleicht ist er blöd. Das ist er. Iiii! Oh, mein Gott. Freddy. Du musst ein bisschen deine Umgebung im Auge behalten. Das Match läuft bisher sehr gut. Komm, springen wir da runter. Zack. Oh, ich glaube, der wird uns treffen. Oder? Ja. Oh, und zwar eine Pfütze da. Schnell Palette werfen. Weil gerade sind wir geslowed. Da hinten liegt auch eine. Mal gucken, Mindgames. Ne. Der will keine Mindgames machen. Der geht nicht zurück. Äh. Kommt eine random Mech an. Ich hoffe, die lockt ihn weg. Ne, sie bringt ihn wieder zu mir. Nice. Oh, Mann. Und da liegt sie. Direkt am Haken, so dass wir nicht mal sabotieren können. Ne, da können wir nichts machen. Hoffen, dass er weggeht. Och, ne, Blutpfützen. Was, noch eine? Jetzt hat er mich gesehen. Scheiße. Wer ahnt denn, dass er zwei Stück dahin legt? Komm, Frederica, kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Ah, das ist kein starker Loop. Mal gucken, was ich hier machen kann. Ah, er fällt runter. Gehen wir auch? Komm, Bub. Ja, sehr schön. Das schafft er. Ja, schade. Ach. So. Die Clodia geht retten. Und er läuft direkt schon zurück. Ja. Komm, zieh es jetzt durch. Wart nicht so lange. Umso schwerer wird es. Okay. Beide laufen weg von mir. Jetzt hat Freddy sie gesehen. Jetzt laufen beide zu mir. Alles klar. An wem ist er dran? Ah, er ist an der Mech dran. Und da liegt die schon wieder. Vielleicht will er an uns und hakeln. Komm. Ja, komm. Komm. Ich sabotiere. Nein. Er geht. Wo geht er denn hin? Ach, an den von eben. Da müssen wir ihn jetzt weglocken. Weil ich denke, der ist eh scharf auf uns. Ja, er sieht uns. Er sieht uns definitiv. Ach stimmt. Wir haben den Raum ja noch. Da haben wir ja gar nichts gewastet eben. Ja, das ist nice. Das ist nice. Mech wurde befreit. Perfekt. Mal Remades, die nicht perfekt spielen, aber die ein bisschen mitdenken. Zack. Die werfen wir. Wir können es uns jetzt nicht erlauben, so einen Quatsch wie eben zu machen. Denn wir sind tot am Haken. Oh Gott. Doubleback über Doubleback. Aber jetzt komm mit der da. Komm, dann laufen wir durch. Oh Freddy. Jetzt geht er wieder zurück. Stunnen wir. Bam. Zack. Auch hier ist alles zu. Okay. Komm, diesmal gehst du außen rum bestimmt. Nee, er ist schon wieder da. Mein Gott, der Typ, der geht ja gar nicht drauf ein. Nein, nein. Dankeschön. Und dann wieder an die unsafe Palette. Ja, komm, wir machen ein Tänzchen. Nee, die muss ich werfen. Bam. Uff. Ich habe keinen Plan, wo noch was ist. Ah, hier ist nix. Da kriegt er uns. Nein. Ah, GG, oder? Ja, das stimmt. Die haben keine Flashlight dabei. Wir sind definitiv tot. Wo ist der Haken? Nee. Äh, Alter, schaffst du nicht, Kollege. Sayonara. Da gehen wir. In die Pfütze rein. Oh Gott. Okay, okay, okay. Gehen wir da rum. Endlich. So. Zu der Palette. Nee, kommen wir nicht. Uff. Okay. Die macht auf, die Mac. Hä, was macht denn der? Ja, jetzt kommen wir schon wieder frei. Wenn er sowas macht, kommen wir wieder frei. Schöner als da an, Mac. Freddy. Was schlägst du, Kollege? Du hast doch gar kein Murray drauf. Ah, du willst mich gehen lassen? Alles klar. Die Griechen war raus. Habe ich nichts dagegen. Das muss nicht immer elegant sein. Hä? Ich glaube, dem ist nicht bewusst, dass er mich jetzt nicht mehr an den Haken kriegt. Du hast mich runterfallen lassen. Ey, das schaffst du nicht, Kollege. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen erpicht darauf zu sehen, ob er mich wirklich an den Haken bekommt. Und wir machen noch ein bisschen weiter. Komm, Freddy. Du triffst mich doch. Ja, natürlich triffst du mich. Nee, das schaffen wir nicht mit dem Rauskrabbeln. Ah, ah. So. Nächste Runde. Alle guten Dinge sind drei. Ah, mal gucken. Oh, er geht links rum. Da war er eben nicht. Ja, da hinten ist doch der Haken, wo wir die Mac befreit haben. Freddy, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Was will der denn von mir? Zack, sind wir wieder frei. Laufen wir noch zweimal durch dich durch und gehen wieder zum Ausgang. Ich glaube nicht, dass er das schafft. Komm, lupen wir da ein bisschen. Ah. Wie rum? Okay, so rum. Nee, da ist er wieder. Ach, Mann. So, aber wenn ich jetzt frei komme, gehe ich raus. Ganz ehrlich. Ich will es nicht komplett drauf anlegen. Ich würde sagen, die 5000 Escape Points haben wir uns dann verdient. Oh, oh, das, oh Gott. Nee, das schaffen wir nicht, oder? Schaffen wir das? Loup. Ja, wir haben es geschafft. Let's go, Leute. Nix wie raus da. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich fand die Runde jedenfalls mega witzig. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.